Wenn Werder online geht, dann mit unseren schnellen DSL-Produkten. Miro ist ein wichtiger Spieler für uns. Im Moment hat er einen super Lauf, schießt unheimlich viele Tore, die wichtig für uns sind. Aber ich sehe das immer als Mannschaftserfolg, wenn der Stürmer viele Tore schießt. Er wird ja auch von uns gefüttert. Ohne uns würde er keine Tore schießen. Ohne Miro hätten wir wahrscheinlich auch nicht so viele Punkte. Es ist immer so ein Geben und Nehmen. Trotz alledem muss man sagen, ist Miro im Moment in Weltklasse-Form. Natürlich muss man sehen, die Journalisten sind ja auch aufgeregt und freuen sich, dass es langsam losgeht. Ich denke, mit einem guten Öffnungsspiel und einem Sieg wird schon ein großer Teil Druck von uns fallen. Von uns allen, glaube ich. Das erste Spiel ist auch immer ein wichtiges Spiel. Erstens kannst du dir drei Punkte holen gegen Costa Rica. Und zweitens, wie gesagt, nimmst du viel Druck von der Mannschaft, weil die Mannschaft weiß, wo sie steht. Das erste Spiel ist immer das schwerste, der Wettkampfcharakter. Und wenn du da weißt, wo du stehst, kannst du dich auch richtig einschätzen. Und dann weißt du auch sehr früh, wie weit es gehen kann. Und du kannst natürlich auch den anderen Mannschaften direkt signalisieren, auf die Deutschen müssen wir dieses Jahr oder bei der WM auch mitrechnen. Wenn Werder online geht, dann mit unseren schnellen DSL-Produkten.